hi leute heute für euch im test die gau your control das ist eine riesige fächerbatterie mit 35 schuss kaliber 25 millimeter gau typisch sind natürlich wieder die knüppelharten zerleger preis circa 25 bis 30 euro und jetzt am ende natürlich wieder viel spaß mit dem video so Untertitelung des ZDF für funk, 2017